Was ist Ihr Plan? Willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele heute mal Bortus. Es gab ja ein Update. Tick. Leute, falls ihr neu seid, lasst mal hier unten, direkt da. Ja, und kommt, mein kleines Team Pizza sind, so wie wir sind, Deutschland Nummer 283, wie ihr sehen könnt. Das ist echt so cool. Noch drei Plätze sind alle. Habt ihr Bock? Könnt ihr in den kleinen, mal gucken, ob die da rein sind. Den Fall kommt in meinen kleinen, oder vielleicht glaube ich das nicht. Egal, dann sagen wir mal im Video, aber heute spiele ich mal ein bisschen los. So, okay. und wartet. Und wartet. Okay. Weg jetzt erst. Wir können jetzt hier mal weg. Wir haben Probleme. Schlebt dort stehen. E Ja, moin. Ich bin auch noch so los. Gerade hab ich auch doofs gespielt. Den einen, genau. Der, der war etwa so 15 Sekunden weg. Ich hab in den 15 Sekunden, da waren echt fünf Teams. Ich hab mindestens drei. Okay. Zumindest. Ähm. Ähm. Da ist gerade nichts passiert. Wie findet ihr eigentlich das neue Update? Wird ein bisschen interessieren. Echt? Zeit für Trouble. Und benutzt ihr Outlay? Ich bin manchmal Outlay. Bei Tronen oder so. Und manchmal sehr selten bei Gegnern. Selten. Da bin ich nicht. Finde ich nicht so. Keine Ahnung. Weil wenn man Ulti macht. Und daneben ist so eine Droh oder so. Das ist mir voll oft passiert. Hab ich immer so Outlay gemacht. Eigentlich hab die Ulti immer gegen... Ja. 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 Ich meine ich nicht. Ich habe mich nicht so lustig. Ich hab mich nicht. Die sind so ausgut. Ich bin ein paar Sekunden. Ich bin ein bisschen gering. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Das Beste ist eigentlich, also die Anfragen sind für mich die besten Skins. Dann guck mal. Ups genommen. Äh, Gangshops. Egal. Einfach so damit wie die Spannung. Ich schreibe jetzt den Thron ansparen. Ähm, dieser Bull ist genauso lustig. Guck mal was mit dem. Guck, würde ich jetzt auch... Das machen natürlich. Greif den doch an. Digga, ein Billettstern. Dann ist der Teammate der Schlichteste auf der ganzen Welt. Okay, schauen wir. Beide Teammates sind los. Digga, ich bin nicht los. Ich bin noch los. Endlich. Mein erster Sieg. Was soll ich eigentlich benutzen? Okay, es gibt ja noch 8-Bit bestimmt. 8-Bit, wie ich hier noch nennen würde. Ich werde dann nochmal ein Video zur 8-Bit machen, wenn ich fertig bin. Und jetzt hier nach dem Video werde ich noch ein Video drehen. Das wird heißen halt. Ich gehe hier Testspielen. Immer wenn ich einmal verliere, dann muss ich die Leadsing halt erfunden oder bisschen geklaut. Egal. Komm, letzte Runde geht noch. Komm, 70. Verboten. Ich spiele jetzt auch nicht mit sich stinken können. Ey, komm, noch nicht. Ich habe auf jeden Fall schon mal verloren. Das ist klar. W лес? W104 Das ist auch die Schüssel. Naja, dann ist das Team M8. Wie ich liebe dich? W104 W104 F1 W104 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 W105 Oh nein, ich füte mich. Mann, da bin ich hier. Ich bin so ein Mensch. Ich bin so ein Mensch. Oh, da bin ich hier. Oh, jetzt kann ich das bisschen schocken. Vielleicht kommt irgendwo lange. Ich, ich... Ich führe mich aber so. Keine Minderung. Connecten. Connecten. Okay. Zwei Treffer. Zwei Treffer. Eintreffer. 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 Okay, ich bin... Ich bin Geld. 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 Aber was soll man gegen? Was soll man mit einem Colt und Markham gegen Bull? Guck mal, dieser Bull ist gut. Ich bin Geld. Ich bin Geld. Ich bin Geld. Ey, der ist so rundschuld. Jetzt... Jetzt wird dabei verbraucht, man. Eintreffer. Eintreffer. Eigentlich seit zweites Spiel. Eintreffer. Guck mal. Soll ich denn jetzt schliessen? Komm, damit ich dir noch 18 abkomme. Da 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 da. Ich bin Geld. Du hast ja eine Wie habt ihr das? Sofort, als werde ich doch nicht tot werden soll. Da da fort nach acht Null wird. Früher war Geldspiel. Man konnte alles nur entdecken. Und so, jetzt wieder Kämpferspiel. Der war jetzt komplett los. Warum kommen bei mir solche Leute in die Lovie? Ganz ernst. Denkst du, ich seh mir nicht, bevor mein Gesicht in den Busch geht? Das ist wieder die Kämpfer. Glaub ich mir. Ich bin auch so einer, der, ich hatte mal so fünf Cubes, der andere hat null. Und ich hab einfach nicht geproben jetzt. Der war jetzt zum Beispiel so. Der ist der beste Spieler der Welt. Ist der AfKar? Nee. Okay. Der war das Spiel auf der Pfiff. Ein schlechtes Spiel. Oder? Das Ding ist mit Code. Weitkampfen, das ist voll gut. Wenn er kommt, kannst du nicht passen. Okay. Guck jetzt, guck. Gehen durch. Ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht. Okay, diese Haufen. Ey, ich kann keine Ultis machen. Ich kann hier jetzt noch holen mit Swift Cub. Ich kann hier jetzt noch holen mit Swift Cub. Kaum dann. Ja, ich weib jetzt immer auf das Nix. Wenn ich das nicht klinge. Nein. Ey, der war noch luster als... Keine Ahnung was. Guck mal, Leute. Jetzt hab ich hier noch 18. Ich find das was gut. Mega geil. Und Piper ist was da. So. Das wollte ich sagen. Und tschüss.